Ich bin Sibir Watasheva, ich bin 32 Jahre alt und ich lebe seit über 14 Jahren in München. Ich bin seit einiger Zeit als selbstständige Unternehmerin tätig und ich habe eine Reiseagentur für Reisen nach Bulgarien. Ja, also mein Unternehmen ist im Internet. Das Gute ist, dass ich so Leute aus ganz Deutschland erreiche. Im Allgemeinen sind meine Kunden Leute, die an Bulgarien interessiert sind, die sehr aktiv sind, die gerne viel im Land sehen und die sind durchschnittlich zwischen, ich würde sagen, Mitte 30 bis 70 Jahre alt. Ich habe kein klassisches Büro in dem Sinne. Ich arbeite immer an meinem Computer, meistens von zu Hause aus, aber ich kann auch während der Reisen sehr gut arbeiten. Ich habe kein klassisches Büro in dem Sinne.